Oh. Alter. Schrecklich. Das Problem ist, hier komm ich jetzt so hoch. Wo? Und vergiftet. Na, super. Weil es ist ja schön, ne? Es ist ja mega schön. Sag mal, was willst du denn? Mal sterben, Junge. Klingeling. Ich brauche Kaffee. Wo habe ich jetzt die Leiter gesehen? Oh Mann, ey, ist doch... Oh, da komme ich ja gar nicht ran. Das ist ja assi. Hm. Oh, da komme ich nicht ran. Gute Nacht, Ben. Schlaf schön. Danke, dass du da warst. Und... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ey, du rollst jetzt nicht runter, oder? Lasse dich. Ja, du kannst nicht mehr auf mich zielen. Sacknase. Nur die, die vor mir sind. Ich hoffe mal, dass da keine sind. Boah, das soll ich mir jetzt hier anschaue. Wenn ich es überlebe. Hallo Irgenhaus. Boah, wie findet ihr das hier? Das sieht mega schön aus, auch mit dem Baum hier. So edel, dass bestimmt gleich ein Hauptboss kommt und mich zermalmt. Schon lange kein Hauptboss mehr, Tatsache. Oh nein, das ist so einer mit so einem extrem krassen Bogen, ne? Zwei sogar. Oh, das sind ja alles so, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Run! Mit Pfeil noch zu beschossen zu werden, das ist sehr ungeil. Boah, ey, was ist denn das für ne Bewachung hier? Boah! Lo, lo, lo! Ah, ähm. ich fühl mich so unterlevelt hier einfach so schwach und mickrig da steckt was in dir ja das war was ich mag mein charakter zwei hits fucking zwei hits und ich bin tot ich bin sowas von einfach nicht in diesem gebiet ich dürfte hier noch gar nicht sein das spiel zeigt mir einfach gerade hier nämlich ich liebe dich von allen seiten so gefühlt das ist schon krass aber dieses erkunden ist einfach so toll vor was zum teufel was wie riesig ist das denn hier da war eine fingerleserin alter das ist so riesig ich weiß nicht wo ich zuerst hin soll spaß für den gebiet ist ja ich will ich muss auf jeden fall level und meine waffe verstärken das geht nicht mehr das geht gar nicht mehr da ist ja was zu tun ja eindeutig allein das erkunden ist schon so geil aber die gegner die sind einfach too much tatsache ist das ist schon wieder alles hast mich so hast mich alles wieso gibt mir ein eis so hässlich ich wollte mich doch gerade mega verarschen egal wo ich lang gehe erstmal ba 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 da weiß ich nicht das ist mein mein loot wieder aus was 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 überall war ging überall also so mini ist das ging jetzt alle auf mich zu ich würde nur gucken anfassen ist das riesig hier was zum teufel wo soll ich hin geil einfach oder ist die fingerleser wir haben so ein finger und schnüffeln kann man schon so zählen ja nie nehmann keine chance und kaffee Geil. Okay. Ja, was sie wollten, aber ist okay. Ich muss nur so abschauen. So nichts nennenswertes. So habe ich die Gegner am liebsten. Weil sie wegrennen. Schwarz mit Zucker bitte. Ich nehme mit Milch. Ohne Kriegsasche. Oh, wie viele Geheimnisse es hier geben wird. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Hallo Fenris. Ohne Scheiß. Ach, das portet sich hin. Oh, die sind richtig nervig. Ohne Scheiß. Ich kann mich jetzt hier nur ein bisschen grob um, weil viel kann ich hier nicht ausrichten, tatsache ja bin ich tue es was nein 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 warum der penner ich hasse dich warum hast du mich dieses spiel so ist schon wieder der denke fest so blöder penner kommt damit dann haben wir ich wollte ihn ja unbedingt normal bekämpfen da unbedingt ich meine da war so toll ich mache jetzt nicht sehr viel schaden auch scheiße hat er denn gerollt ich mache gefühlt kein schaden eigentlich ist er gar kein ding meine wärme schon mal gehabt den blöden aber ich mache absolut kein schaden tatsache ich muss mein schwert unbedingt mal verbessern auch noch mehr stufe fünf steine hat einen komischen schwanz ja ist auch einer alter wie unfair ist das denn hier wieso normal das angenehmste spiel ja ich sie dein arsch wenn es der andere auch noch kommt dann diesen spruch ich hasse ihn ich kann ich kann es nicht mehr hören wie oft ich das hören musste von margit schade stream auf 18 plus ich glaube du kannst ordentlich einen abflug ist schon ist ab 18 ein stream ist auch nichts für kinder oder so was ich manchmal raushaue es ist nicht zu kinder ich finde heute sehr interessante bosse hier in die gegen die ich alle keine schocks habe tatsache aber das erkunden ist ja trotzdem schön ja aber angst vor mir haben sich die punkte gehen wir eigentlich 151 ist ja süß heißt ich da noch zurück weil ich ein bisschen abgelernt habe zu viel zu fluchen weil ich das sonst sehr extrem mache tatsache aber keine sorge wenn der salzpegel sehr hoch ist dann fluch ich extrem ja es funktioniert halt nicht direkt ok ist direkt rausgeflogen da echt lästig leider dieses netzwerk gedöns hallo über zocker ja es ist im moment echt schlimm tobi das stimmt was zum teufel ist das denn warum kann er fliegen what the fuck was das denn ich mag fluchen und ich mag es wenn andere fluchen finde das immer sehr befreiend ja ist es auch das ist es auch muss auch manchmal also schönes kaufen wenn der hauptstadt eine notiz mit wichtigen informationen die gealter finger einfach das hier also muss ich margit noch mal bezwingen bald jetzt auch ausgemacht weil mein rufzeug nicht mehr aufgetaucht ist belastend ja es ist halt wirklich belastend ich meine es macht zusammen so viel spaß das ist ja trotzdem raus herausfordernd weil die gegner wenn er angepasst das ist wirklich sehr schade tatsache ich hoffe dass sie das irgendwie noch beheben oder so alter was zum das ist das denn was guckt da raus ist es dein also da hinten wenn schlongus oder was war das schnecke ach das so eine schnecke sein ich habe gerade was ganz anderes da gesehen jo klar ja okay ne einsiedler schnecke ja sind sie tschernobyl schnecken aus der hölle des todes ganze ort besteht einfach nur aus tschernobyl und tod normal ich meine ich laufe hier gerade rum muss mehr wegrennen als alles andere schwingt bis teil träne alle sag mal x2 die fallen ehe runter ich habe mich erschrocken wer ist denn das da unten lass mich raten ich habe auch keine chance gegen den alles klar brownie dank dass du da warst schlafe schön ich bin sehr verblüfft also wirklich sehr beeindruckt von dem dieser riesen weite der welt überall lauert der tod geil es kämpft das schon wieder die stehen echt auf diese komischen die werfen stein auf mich die Oh, ow, 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 ow. Die kleinen Gegner gehen mich aber meist auf dem Sack. Tatsache. Wow. Schlongos, lass es. So, ihr kleinen Ficker. Okay, ist doch kein Boss gewesen. Geschwungene Form, oder? Sünde. Gesprungene Zweigträne. Purpurne Kristallträne habe ich jetzt. Hier gerade safe. Dann kann ich mir das ja mal anschauen. Purpurne. Ignoriert die Hälfte des gesamten LP. Hat es denn... Hat es den doppelten Effekt dann? Also nicht Hälfte, Hälfte, dass es dann komplettes Leben heilt? Wenn ich beide ausrüste? Auf logische Denkweise. Weil das eine war linke Seite auch und das andere war rechte Seite. Und ja. Müsste. Ich schätze aber auch auf logischer Weise jetzt. Wäre schon cool, weil nur die Hälfte zu regenerieren bei dem LP, was wir haben, ist schon ätzend. Weil da verschwenden wir halt immer zwei. Full Heal. Oh, das wär so ein... Oh, hier sind ganz viele von denen. Hi. Wow. Oh, oh, wow. Alter, chill mal deinen Nuggets. Da ist ein Boss. Oh. Wer bist du? Oh, Drachenbaum. Oh mein Gott. Alter, du willst mich doch verarschen. Ähm, was? Was? Ich hab's schon mal gesagt, wir sollten nicht hier sein. Es ist nur so ne Vermutung. Nur so ne Vermutung. So, ist genau neben ihm mein ganzer Loot. Verpiss dich, ich will mein Loot. Verpiss dich, du bist. ja in den bosch gefunden da kommt macht spaß diese scheiße hier kack spiel ich installiere ich sollte gar nicht sein kommen diese ganzen bosse hier einfach boss 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 überall 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 meine das habe ich jetzt heute aufgedeckt aber da brauche ich gar nicht weitergehen tatsache das war wenig leben ja und ich sollte aus dem gebiet raus das ist halt wirklich zu op hier gerade ja 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 ich sehe es ein alleine für den anderen schlongus hier nach der hier also der hier ist ja ja ich sehe es ein ich meine ich wollte ihn nur erkunden weil es spaß macht aber brav die bäumchen fällig nach den schaffst du lisa nee achtung hallo micha das ist dann okay die nacht denn dick schlaf schön ach der lord kommt jetzt ja der einzige alert der funktioniert heute danke schön für den raid okay wurde gespielt warte da fehlt doch was so witcher 3 wurde weiter gespielt geil sehr sehr geil hat wieder spaß gemacht ich hoffe doch ja so manche überraschung gibt es bei allen ring habe auch bei manchen bossen gestaunt was da was die alles können ja das habe ich heute sehr oft feststellen dürfen was die alles können und was ich nicht kann total schwächlichen klein ja dann ist halt auch so ein einmal habe ich gut abgeschnitten bei ihm danach war er so naja guck mal ich konnte zwei moment okay plus 17 habe ich jetzt das ist doch schon mal ist doch schon mal schön das blutiges ist blutverlust aus schickes kleid und was hat deinem charakter an ja das nächstbeste was ich hatte seine versuche bei radarn war nicht schlecht er seine zweite phase ist aber ziemlich übel die muss ich halt noch länger kennenlernen ich hatte nicht so viel zeit oder chance die mir mal richtig anzuschauen weil ich hätte ziemlich schnell tot war ich habe so locker in drei versuchen ja 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 heute glaube ich ein bisschen können wir noch spielen